Willkommen zu einem neuen Video, wir spielen Endergames! Oh, ich hab Crafter, was macht das denn? Ich hoffe, dass es nicht wie ein HG, Alter, sonst ist das unnormal hässlich und ein richtiges useless Kit. Aber ansonsten, ja, was kann man so sagen, Jungs? Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Facecam wieder angeschlossen, die seht ihr zwar jetzt gerade nicht, aber ich habe langsam vor, wie der genau im letzten Moment dicker, das war echt eklig. Und hier ist kein Holz, deswegen range ich in eine andere Richtung. Aber ich habe Mobile Workbench und Mobile Anvil und Leder. Nice! Da würde ich ein Eis-Shirt machen und eine legendäre Goldhose und einfach mal ein Lederhelm. Oh mein Gott, Jungs, wir sind einfach, wir sind einfach full ausgestattet, wirklich. Was besseres hätte ich mir echt nicht wünschen können. Aber wie gesagt, für den Streams möchte ich mal wieder langsam anfangen. Und... Ja, das war eigentlich so das, was ich sagen wollte, zum Stream mäßig, weil... Weil ich mir so dachte so... Oh, Junge, hier ist schon die Borderlands nicht verarschen. Das ist ein wirklich großes Problem, weil ich keine Rüstung habe. Ich glaube, ich brauche nur Rüstung. Rüstung! Hä? Morpher. Guck mal, das sind genau die perfekten Rüstungszeile für mich. Einfach, einfach... Perfekt. Äh, Rot. Guck mal, ich habe keine Ender-Perle. Nein! Schon hässlich gerade. Ich bin ehrlich. Das ist schon hart. Ässlich. Ässlich. Egal. Egal, kann der Loot haben. Er kann den Loot haben. Brauchst du das auch nicht. Ich brauche schon einen Heal-Pots. Ich brauche schon einen Heal-Pots. Ich bin ehrlich. Ich würde schon gerne welche nehmen. Ah! Woher kam der? Hä? Nein! Was machst du? Oh! Das kann man da... Ja. 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 Ich habe immer noch keine Healssachen. Weg damit, weg damit. Mit... Oh Junge, ich dachte ich habe jemanden gehört. Oh mein Gott. Das waren gerade die Reflexe. Nr-Perle brauche ich. In der... In die Horde bald. Ist hier eine Kiste? Nope. Aber hier ist Obsidian. Mann. Das heißt, wir haben jetzt Speed 5. Stimmt doch, oder? Mann! Okay, das funktioniert nicht direkt. Schade. Ich dachte, das wäre so cool wie auf... As Survival Games. Oh! Ich wurde getausch. Ja genau, dann hört mein Speed auf. Ähm... Ja. Ohne Rüstung würde ich auch... Eigentlich... 5 Hits brauchen, um mit dem Dearship down zu gehen. Hä? Wie er stirbt nicht, Digga? Wie er stirbt nicht? Wie er stirbt nicht? Er hat doch gerade noch gefeitet. Wie viel... Healing hat er denn? Ja, das war so ein Hit. Das war halt so ein Hit. Okay, Generation 2. Äh, Bowhill brauche ich nicht. Warum habe ich den Helm abgelegt? Hä? Los! Der ist... Oh, meine Kiste! Äh, echt? Oh Junge, du willst doch verarschen. Gutes! Haha... 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 Kurz, gell? Wittet! gewesen wie low als ob der hammer nicht funktioniert so voll behindert warum kann ich nicht sein kippen echt oh mein gott wie weit entfernt ich bin egal wir machen erstmal so lucky man so lucky jetzt auf dem diabos panzer wäre schon ein nice upgrade jetzt er hat drei level für protection gewastet i guess egal ich bin stolz damit tut die feier irgendwas sagt der namen hier wo ist der letzte lau das natürlich nicht so klingt weil ich habe gerade nur fünf kills oh fünf kills habe ich aber das muss ich ok ich nehme alles zurück was ich gesagt habe bevor es quasi nicht relevant nicht mehr nein er hat einfach geholfen bruder er hat mir noch circa Lul! Lul! Bleib stehen! Ja! Okay, gg. Fully Fire, wenn du das Video siehst, ich glaub, du wirst es sehen, weil ich glaub, mit deinem Uchiha-Cape bist du mit ihrem Bruder Basis hier. Abchecken. Du warst easy, no joke. Äh, also, joke. Sorry, gg, man. Äh, ja, Jungs, dass 10.000 Likes hat. Tschüss!